Das ist eines meiner Lieblingsschriften, die ich euch mal zeigen möchte. Ich erkläre euch mal anhand dieser Beispiele, wie ich mir das Schreiben beigebracht habe. Und zwar braucht ihr zwei Stifte. Es kann ganz egal was für ein Stift sein, ob es ein Kugelschreiber ist, ein Bleistift, so ein Gelstift oder ob das ein Fineliner ist von Edding oder wie auch immer. Egal was ihr für Stifte habt, mit einer etwas dickeren Stifte, mit einer feinen Stifte. Es wäre ganz gut zwei Sorten zu haben, dann kann man das gut üben. Ich erkläre euch das mal. Ich habe hier einen Schmierzettel, da kann man dann einfach auch mal die Stifte ausprobieren, Übungen machen, um Kreise. Also beim Telefonieren kann man das gut machen, dass man einfach mal ein paar Skizzen malt. Und bei einem Übungsheft hat man 45-Grad-Linien. In diesen 45-Grad-Linien könnt ihr die Schrägen der Schriften schön reinschreiben. Also eine Kalligrafie-Schrift lebt von der Schräge. Das L zum Beispiel. Alle Großbuchstaben sind schräg. Kann ich hier noch mal zeigen. Das ist alles ein bisschen schräg angelegt, dann sieht das schwungvoller aus. Wenn ich gerade schreibe, ist das so ein bisschen steif und Handlettering lebt eigentlich von dem Schwung. Hier habe ich ein Übungsblatt und jetzt fange ich einfach mal mit dem A an. Und jetzt kann ich mir die Seiten so ein bisschen dicker malen hier. Auch das A kann ich hier an der Seite ein bisschen dicker machen. Eventuell noch ein bisschen den Strich, wie ich das gerade möchte. Die Seite lasse ich total dünn, damit wir Spannung aufbauen. Das B sieht dann so aus. Auch hier male ich mir diese schräge Linie so ein bisschen dicker. Den Schwung von dem B. Ich versuche immer auf die Linie nochmal wieder drauf zu kommen, dass die auf keinen Fall dicker wird. Und hier den Haken weg zu machen. So. Dann das C. Auch hier male ich mir das ein bisschen dicker. Dann das D. Ich kann das auch, wenn ich das mag, verschnörkeln. Dann kann ich das hier ein bisschen dicker ausmodulieren, wenn mir das eben zu flach war, dieser Bogen. D. Ein E. Jetzt zeige ich euch das mal an einem anderen Stift. Ich kann noch einen Feinliner nehmen, der noch dünner ist. Dann zeige ich euch das E. Ich kann das mit dem Feinliner hier nochmal ausmodellieren. Ich kann auch die Schrift so lassen. Dann das F. So. Und dann das G. auch hier kann ich den Bogen bis hier machen oder ich kann ihn rund machen. Ich kann ihn darüber ziehen, kann ihn noch weiter ziehen. Dann male ich den Schwung wieder so ein bisschen nach. Auch hier. Das hat den Vorteil, dass ich in diese ganz feinen Linien direkt wieder reinkomme. Und ich kann das jetzt auch mit einem dickeren Stift nachmalen. Dann geht das einfach schneller. Dann kann ich das schneller ausmalen. Okay. Jetzt ein Haar. Die Hilfslinien, die helfen schon sehr, in dieser Schräge zu bleiben. Die erinnern mich auch immer daran, schräg zu schreiben. Wenn ich keine Hilfslinien habe, dann kann das schon mal sein, dass ich so ein L ziemlich gerade mache. Wenn ich das jetzt mal so zeige, wenn ich keine schrägen Linien habe, dann verfällt man oft darin, das gerade zu schreiben und nicht so schräg. Also hier nochmal der Unterschied dazu, wenn ich das schräger mache, sieht das ein bisschen schwungvoller aus. Wenn ich jetzt hier diese schrägen Linien habe, dann auch hier vielleicht oder da, dann weiß ich, dass ich nur bis hier das L dick male. Auch das O. Ich mache das O jetzt nicht so, dass ich alles dick mache, sondern ich gucke schon, dass ich das hier dünner behalte, damit ich Spannung aufbaue. Auch bei dem Haar von hier, das wäre nochmal wichtig zu wissen. Also bei dem Haar, wenn ich jetzt von hier schon anfange, dick zu werden, dann habe ich keine Spannung. Und so habe ich noch schön die Spannung hier. Wenn ihr euch Stifte kaufen wollt, kann ich euch diesen Pilot G-Tag empfehlen. Vielleicht kann man den so sehen, weil der einfach diese feine Spitze hat und ihr könnt da überall drauf malen. Man muss sich wundern, ihr könnt auf Pappe malen, auf feines Papier, auf Pergamentpapier. Diese feine Linie, die geht überall durch. Also schreibt auch überall drauf und ihr kriegt halt immer diese kleine feine Linie hin. Die franzt auch nicht aus und das finde ich das Schöne an diesem Stift. Und ihr könnt diesen Pentel-Touch-Stift nehmen. Der hat diese feine Spitze, die ganz elastisch ist und mitgeht zum Beispiel. Das sind auch schöne Übungen, die ihr machen könnt. Auch gerade diese Übung zum Schreiben. Und ich mag es einfach, wenn ich selber das in der Hand habe und ich kann die Linie dicker machen, wie ich das möchte. Also das ist meine Art, das Handmettering zu lernen. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch ein Pergamentpapier nehmen und das über diese Schrift legen und das einfach mal abmalen, damit ihr schon mal den Schwung habt. Dann könnt ihr einfach den Stift nehmen, über das Papier drüber malen. Dann hat man das schon mal gemalt, man hat schon mal die Übung und dann würde ich mir immer diese Schriften griffbereit legen, dass ich, wenn ich eine Karte schreibe, einfach mal schauen kann ganz schnell, wie sieht das S nochmal aus für Happy Birthday, das H, das A. Ich habe es griffbereit und jedes Mal, wenn ich eine Karte mache, nehme ich mir das zur Hand, schaue nochmal drauf und kann wenigstens ein Buchstaben mal so schreiben, dass ich in der Übung bleibe. Es wäre sowieso ganz schön, jeden Tag ein paar Übungen zu machen, statt einmal in der Woche eine Stunde, sondern irgendwie jeden Tag so ein bisschen als Skribbel, als Übung, als Meditation, wie auch immer, einfach mal zwei, drei Minuten am Tag, das bringt schon richtig viel. Ja, mit diesen Tipps verabschiede ich mich für heute und wünsche euch viel Spaß beim Üben. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.